Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du pädophiles Arschloch! Du bist doch total wahnsinnig! Du pädophiles Arschloch! 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 Von der Oma! Gut schmeckt's! Ich hab' dir an dir schon mal erzählt, dass deine Oma dich damals hat entführen wollen? Das ist deine Oma, meine Mutter, nun Scheiß. Papa, kannst du mir helfen, Mung? Ich zieh doch zum Franz. Die hätte es gar nicht gestört, dass das Kind nicht bei seinem Vater lebt. Sie sind nicht von hier. Meinen Sie? Ja, meine ich. Das ist Pfarrgulosch. Vom Ross. Und böhmische Knödel. Ich könnte sterben. Sie stellen sich auch eins. Ja. Ich hab keine Nummer jetzt. Sie reiten. Ja. Wenn ein Reiter sein Pferd isst, dann ist es gerade so, wie wenn ich jetzt meine eigenen Beine essen täte. Wie bei den Kannibalen. Die essen aber nicht sich selber. Ja. Wie beim Reiter und beim Pferd. Ja, weil ich esse jetzt gerade nicht mein eigenes Pferd. Also würden Sie auch nicht Ihre eigenen Beine essen. Wie bei einem Kannibalen. Du Kalik, Mauchenz. Übrigens Ihre Bluse ist falsch zugeknöpft. Ja. Ich hab was für Sie. Ja, an die Tür. Geht nicht. Bitte? Komms raus und helfens. Machen Sie die Tür auf und zwar sofort. Hallo. Sie sollen die Tür aufmachen. Machen Sie sofort auf. Ich hol den Sicherheitsdienst. Ich werde sie nicht rein. Ich werde sie nicht mehr reizigen. Ich werde sie dich sehen. Ich werde sie nicht mehr in Falzeln. Mein Baby. Du meine Seele, du mein Herr. Du meine Schmack. Du meine Bronne. Oh mein Schmerz, wo du mein Graben lassen hast. Ich bin ganz gut. Es ist gut. Hallo? Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt ist der Hund auch noch gestorben Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020